Hier oben im Lüftungsschacht oder wo war hier oben im Lüftungsschacht? Ich nix wissen im Lüftungsschacht. Sag mich bitte, ich hab das mir jetzt nicht schwieriger gemacht mit... Ach. Jetzt ist hier auf einmal offen oder nie? Hast du nicht. Ich habe die ganze Zeit hier geliebte. Erstmal. Jetzt ist das ein Tick, ja das ist ein Tick. Ich hab mich ganz ernst. Aber jetzt werden wir in Lüftungsschacht... Und jetzt stand die Anhalang. Ich habe die Anhalang. Okay, noch einer Okay, was finde ich denn jetzt hier Ist das irgendwie blau spakelt Okay, dann geht es halt hier durch Oh, dass er mich mitkriegt So viel zum Thema Kein Ragdoll, oh Hoffe ich doch auch Schön, dass wir uns die Türen in der Gegenwart zu sind In der Vergangenheit sperren wir weit aufhören Na, schon wieder so in den hier Tschüss Lass mich nie hier sehen Physik ist dein Freund Schön, dass es hier alles so glitz und glänzend ist Und hier Also hier Hier ist wenigstens ein bisschen Regen Was für ein Schacht Was für ein Schacht Misch? So Ich setze ihn jetzt einfach irgendwo anders hin In der Hoffnung, der Schluss ist der richtige Ort So hier Wir waren ja nicht mehr hier Lieblich groß, oder? Okay Kann ich hier hochklettern? Ich kann hier hochklettern Und wo soll er jetzt wachsen? Ich kann hier hochklettern Ich kann hier ja gar nicht hier hinsetzen Oder wechseln Und hier Wechsel hochklettern Und hier Und hier das muss dann nach wie meinst du ok den gebe ich mir das ist so weit weg ist jetzt nicht gedacht ich dachte eigentlich da in der ecke wahrscheinlich wurde er da nur rausgerissen die stelle davon hat keiner mehr beobachtet aber dieses geräusch wird ja durch die türen tragen wird und hier ja jetzt ist nur die frage wie komme ich da jetzt hoch ja ja auf jeden fall nicht in der zeit es ist auch wieder dieser falsche zeit mich doch wozu einfach elf drücken zum interagieren neue fluchten sie durch die zeit bevor du durch springst ja mache ich meistens stufe 11 fluchten okay kletterarie und auch nicht Kletter-Aria hier sieht's hübsch aus ja komm hm, oder so durch. oh. runter. zu spät. und dahin. ouch. in der Z-Z-Zone sieht das noch besser aus hier drin. ja, fühlt sich besser. ja, wir sitzen hier jetzt hier besser aus. mhm. mhm. dann lieber springen. Entschuldigung. ok, hätte ich eh in diese Zeitzone gewusst. oh nein. was für mich. so, kurz aufgescheucht, die Kollegen. ups. boom. ich krieg ja grad blöde Ideen. oh. ok, den hast du jetzt hier in der Vergangenheit nicht mehr. äh, Gegenwart nicht mehr. hm. ach komm, ich wechsle. ich versuch doch mal zu wechslen. ich kann nicht wechslen. ok, ich muss... da unten hin. open fire. mhm. ich kann die Zeit nicht wechslen. ich kann die Zeit nicht wechslen. schön. ups. ach, gib mich auch. du nicht. die beiden. du bist du denn? du bist. du, du gibst. du bist du nicht. du bist. ja, du bist. du bist die Zeit nicht the two. du bist nicht die Zeit, du bist. Das gibt's hier alles nicht. Doch, jetzt gibt's das wieder. Nur warst du hier einfach nur dunkel. Ne, hier ist eingestürzt. Okay, äh, was haben wir hier? Hier haben wir Heidelhobe, hier haben wir einen Durchgang, hier haben wir eine Tür. Die kann ich aber auch hier öffnen. Hier aber nicht. Hier auch nicht. Hier muss ich hin. Mit sowas hätte ich jetzt nicht gerechnet. Egal. Gut, was haben wir hier? Keine Gegenwart. Äh, keine, auch Gegenwart haben wir nicht. Hier schon. Oh. Gute Frage. Warum liegt denn eine Pistole rum? Achso, wenn ich den da oben runtergeschleudert habe. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Okay, hier gibt's noch beiden Zeiten. Was zu sehen. Da sind rostige... Oh. Wo muss ich hin? Da oben hin. Scheiben geht ja. Du stehst nur einen Baum, Cassandra. Nichts zu ihm. Oh, es war ein Indikator. Da muss ich hin. In der anderen Zeit. In der anderen, anderen Zeit. Ich bin nicht. Oh, komm mal hier. Komm mal hier, ich bin nicht. Wollt weg. Ich bin nicht. Wollt weg. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Wenn der Boden nicht so dreckig wäre, würde ich ihn küsse. Alex sollte hier sein, irgendwo. Du solltest nicht hier sein. Ich habe dich vorhin gesehen. Mit den zwei Doktorzen. Du bist nicht einer von ihnen. Und du bist nicht einer von uns. Ich habe die anderen kennengelernt. Was hat mit ihnen getan? Sie haben uns testiert. Extrakte unsere Macht und wir mit neuen. Mason sagt, dass es für den größeren Dank ist. Ich weiß, dass er etwas schützt. Und was für deine Eltern? Alles, was ich habe, ist meine Freundin. Schau, ich weiß nicht, wer du bist, oder was du wirklich machst hier. Aber wir brauchen deine Hilfe. Bitte. Ich werde dich beide aus hier. Alles, was es braucht. Ja, ich bringe dich raus. Ja, ich bringe dich raus. Wo haben sie die Schläge? Einer der Schäden hat eine Schläge. Der letzte Dinierwischer.